Kenny K.A.N.F.I. Hey! Na, wie geht's? Gleich wieder erkannt, na? Ich mag dich. Das zweite Jahr in Folge bei mir hier. Und was willst du dieses Jahr? Auch wieder die krassesten Böller und Raketen. Okay, ich hab alles hier. Ganz entspannt. Ich zeig dir was. Und dann machen wir Special Prize. Du weißt. Ja, hast recht. Vor kurzem hab ich noch die Adventskalender gedealt, aber lief nicht so. Lief nicht so. Aber meine Haupteinnahme. Naja, du weißt. Ich zeig dir mal, was ich alles so da hab. Ich hab was richtig Gutes für dich. Vor Element. Damit würde ich immer anfangen. Du hast hier Wasser, Feuer, Luft und am Ende eine große Erdexplosion. Also nicht die Erde, die Erde als Element. Ein unglaublicher Effekt. Ein unglaublicher Effekt. Aus Kroatien. Kriegst du halt hier nirgendswo. Findest du interessant? Fünfzehn Euro. Ist ne Schnappe. Echt? Naja, ich würde an einem Abend nicht mehr als vier zünden. Okay. Kein Problem. Aber ich hab noch einiges mehr. Pass auf. Das sieht aus ganz üblich. Super Böller. Klar, hab ich auch zusammengepackt. In Wahrheit ist da hochexplosives Schwarzpulver drin. Das heißt für dich. Wenn du die wirfst. Nicht auf Leute. Das gibt einen Knall. Das andere. Hab ich gerade mal ein Angebot. Mein ganzer Kofferraum ist voll damit. Vier Euro nur. Gönnt ihr. Wenn du 100 Packungen nimmst. Reden wir nochmal. Ist echt kein Thema. Okay. Machen wir es so. Dieses Jahr hab ich super viele kleine, aber feine, heftige Sachen. Da kannst du dir echt viel kaufen. Ich hab hier Blitzknatterbälle. Die sind nicht sehr groß, aber der Effekt brutal. Wirklich brutal. Du wirfst sie. Es explodiert. Es gibt einen krassen Effekt. Eine kleine Wolke entsteht. Und in dieser Wolke sind kleine Knatterblitze dran. Das hat es um die verrückten Asiaten irgendwie hergestellt. So was darfst du mir nicht fragen. Ich verkauf das Zeug nur. Wie viel das kostet? Für dich 5 Euro. Eine Packung. Versteht sich. Hört sich interessant an. Aber pass auf. Da kommt noch einiges krasseres. Ich hab hier alles da. Du siehst. Meine Tasche ist voll. Hier. Der absolute, der absolute Renner dieses Jahr. Der Teufel steht wohl ganz oben. Und deswegen ist das mit das heftigste, was ich hier in der Hand hab. 50 Knallteufel. Kennst du die? Kommt aus dem Kugeln. Ganz gefährliche Dinge. Sind klein wie eine Kugel. Wenn du sie aber gegen eine Auswand werfen solltest. Lösen sie eine Reaktion aus. Möglich. Dass du sogar ein kleines Loch in dieser Auswand bekommst. Was du hier in Deutschland bekommst. Kannst du komplett vergessen. Echt? Okay, nicht schlecht. Das. Auch 10 Euro das Stück. Beziehungsweise eine ganze Packung. Pass aber auf damit, gell? Generell mit Böllern und Feuerwerk. Sei vorsichtig damit. Aber ich weiß, du willst auch mal einen richtig großen Wumms haben. Dass alles Kinderspielzeug. Wenn du mal richtig jemanden wegflashen willst. Mit einer harten Spitzkupfrakete. Hörst du? Wie voll die geladen ist. Hörst du? Gepresst bis oben hin. Mit einer brutalsten Flash-Rakete. Sicherheitsabdeckung. Wenn du die runterziehst, fängt es an automatisch zu brennen. So explosiv ist das. Musst du aufpassen. Glaub mir. Die Leute werden brutals geflasht sein. Ich habe einige von den Raketen da. Ein Euro das Stück. Glaub mir. Ich habe dich letztes Jahr auch nicht enttäuscht. Oder? Wie fandest du es? Es ist echt kalt dieses Jahr hier. Ich musste auch die Straße wechseln. Mein Bruder wurde auch erwischt. Der dealt aber auch immer mit komischen ASMR-Drogen. Oh Mann ey. Der musste untertauchen. Aber den perfekten Ansünder habe ich auch noch für dich. Weißt du was das ist? Weißt du was das ist? Was? 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 Ja richtig. Normalerweise schießt das einzelne Kugeln raus. Aber nicht bei mir. Ich muss alles etwas harmloser tarnen. Das ist auch wieder ein Anzünder. Du kannst hier die Sicherungskappe runterziehen. Das Ganze schießt eine halbe Stunde lang kleine Kugeln. Mit denen du dann aus einer weiteren Entfernung deine Raketen oder Böller anzünden kannst. Das haben auch die Polen erfunden. Du weißt. Zu viele Unfälle. Sichere Entfernung. Damit garantiert. Ich habe dir gesagt wir machen einen Special Price. Für jede 10 Euro die du bei mir einkaufst. Gibt es eins gratis dazu. Ich will doch, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Mein Freund. Aber jetzt kommen wir zu den absoluten Highlights. Dieses Jahr. Da fällt es mir gerade schon fast um. Klein aber fein. Wie ich vorhin gesagt habe. Das sind Silberwirbel. Das sind Silberwirbel. Und was für ein Wirbel das ist. Ich empfehle dir die in irgendeinen Sandkasten zu werfen. Oder wo vier Blätter am Boden sind. Wenn du die da hinwürfst. Entsteht ein Wirbel. Kannst du nicht glauben. Das verscheucht alles. An Silvester. Schöne Möglichkeit sich auch mal Platz zu machen. Und Wahnsinnseffekt. Heftige Sachen. 3 Euro für dich nur. Klein aber fein. Großer Effekt bei mir. Du weißt. Bei mir kriegst du halt einfach oben nur das Beste. Ist ja klar. Für ein bisschen was ruhigeres. So für zwischendurch. Die guten alten. Wunderkerzen. 10 Cent. Was soll der Geiz? Kriegst du überall. Auch bei mir. Finde ich nicht so gut. Finde ich nicht so gut. Sache. Wo der Effekt wirklich atemberaubend ist. Finde ich immer besser. Wirst du gleich einstecken? Okay. Mach's ruhig später. Mach's ruhig später. Mach's ruhig später. Ja. Hab ich dir schon damals die Geschichte erzählt. Von dem Feuerstein. Machen wir von anders. Hier habe ich mir was echt geiles ausgedacht. Das ist der Flitzefeuerstein. Kannst du dir darunter was vorstellen? Weniger. Pass auf. Das legst du auf den Boden. Zündest an. Pass auf, dass nicht so viele Leute in der Umgebung sind. Und dann geht's rund. Du wirst den Effekt liegen. Ist mir aber das gefährlichste, was ich da habe. Willst du mitnehmen? Nee. Ja, ich weiß. Wenn du das mit dem Fernzünder... Na, du weißt Bescheid. Machst. Dann passiert auch wirklich gar nichts. Klar. Verstehe ich. Machen wir so. Machen wir so. Für zwischendurch. Habe ich noch kleine Schwarzkopfböller. So nenne ich die. Weil die immer bis oben in falsch gestopft sind. Bis der Kopf schwarz ist. Alle Original verpackt natürlich. Drei Euro pro zehn Stücke. Easy. Easy. Schöne Sache vor allem vor Silvester schon mal. Bisschen leermachen. Du nimmst doch, ähm... Ja. Das Vorelement mit. Was ist denn dein Lieblingselement? Feuer? Wasser? Luft? Oder Erde? Schreibt's mal rein in die Kommentare. Und dann mache ich wieder eine Verlosung. Von... Naja. Gutscheine. Okay. Feuer ist dein Lieblingselement. Okay. Habe ich da. Feuerwirbel. Was das für einen heftigen Effekt hat. Krass. Du machst es an. Und es geht bis zu fünf Meter. Eine Feuersäule entsteht. Und die am Ende zu silbernen kleinen, ähm... Na wie heißt es? Regen. Regen zerfällt. Habe ich aus Lettland mitgenommen. Verrückte Leute da drüben. Kannst du dir das vorstellen? Krasser Effekt einfach. Okay, die musst du auf jeden Fall mitnehmen. 10 Euro die Packung. Und schon hast du einen Anzünder umsonst. Machen wir. Kriegen wir hin. Ich muss immer noch ein bisschen schauen, du weißt, das FBI ist immer unterwegs. Passend, sehr ähnlich. Wenn du dich entscheiden kannst, welche Farbe du am liebsten magst. Grün, Gelb, Blau, Grün, Rot. Dann nimm das hier. Das sind auch vier von diesen Wirbelstürmen. Bloß, dass es da nicht in kleinen silbernen Regen zerfällt. Ist auch ein bisschen günstiger. An sich kostet 9,80 Euro. Aber immerhin. Okay, für dich. 9 Euro. Machen wir 9 Euro. Nicht vergessen, Hochexplosiv. Wenn du dieses Zeichen siehst, immer Fernsünder. Machen. 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 Ich habe jetzt hier noch zwei Sachen. Machen. Machen. Mit richtig heftigen Effekten. Machen. Das sind Metroiden. Hast du eine Größe gerade im Kopf. Das ist gerade ein Block. Ein ganzer Block ist hier drin. Mit mehreren Effekten. Den zündest du an, bis fünf zählen und in die Luft werfen und es werden kleine Feuergugeln auf euch rüber, prasseln und fliegen. Das Schöne ist, es passiert nichts. Ein Hammer-Effekt. Macht immer wieder Spaß. So, die Geiste wegzuhalten, die wir an Silvester wegjagen wollen, über das ganze Jahr. Der ganze Block, sechs Euro, klein aber fein, habe ich dir gesagt. Magst du Tiere? Schon. Bienen vielleicht. Hier habe ich noch einen tollen Bienen-Effekt. Beziehungsweise, bei mir modifiziert ein Bienenschwarm. Das sieht aus, wenn du das anzulässt, als würde ein Bienenschwarm in der Luft fliegen. Die Sache hält aber nur zehn Sekunden. Aber ein wahnsinniger Effekt, vor allem zum Start. Warum nicht? Dadurch, dass es selbst modifiziert ist. 15 Euro das Stück übrigens. Kein Thema, oder? Gleich vier Stück davon. Können wir machen. Ist gar kein Thema. Ist kein Thema. Okay. Zwei mega heftige Sachen habe ich noch. Einmal mit einer der krassesten Durvoblitz. Der fliegt immer so schnell. Und dreht sich auch so schnell. Dass man einfach nur noch eine Funkenblitz sieht. Ich habe davon 100 Stück. Wenn du mir 50 abnimmst, machen wir 5 Euro das Stück. Lust? Auch hier kommt wieder der Funken vorne raus. Nicht vergessen. Mit dem Fernseher. Nice. Okay. Sprechen wir gleich nochmal. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Machen wir. Kein Thema. Okay. Kommen wir jetzt zu den krassesten Sachen, die ich da habe. Kennst du die? die klassischen? Die hier springen bis zu 5 Meter noch in die Höhe. Knallfrösche. Und gebe meinen Wumms wie ein Teeböller pro Knall. extra für dieses Jahr von mir modifiziert mit meinem Partner. Schnäppchen. 10 Euro. Schnäppchen. 10 Stück. Lust drauf. Wenn wir das hier machen. Wir machen das hier nach. Und wir machen das hier. Wir machen das hier. , wenn wir das machen, dann machen wir das. Was würdest du jetzt alles mitnehmen? Die auf jeden Fall. Finde ich gut. Okay, das machen wir so. Pass auf. Ich leg dir das noch mit dazu. Weil du jetzt wirklich so viel einkaufen möchtest. Das hatten wir schon im letzten Jahr. War der absolute Renner. Wie hat's dir gefallen? Klar, dementsprechend gut, ne? Einfach hinstellen und genießen. Zehn Minuten. Feinstes Feuerwerk. Ganz normal, ganz simpel. Keine große Modifikation. Okay, machen wir so. Pass auf, ich geh jetzt zum Van. Mach alles fertig. Du wartest kurz hier und dann... Ja. Sehen wir uns gleich wieder. Wir treffen uns in... Zehn Minuten ungefähr hier. Hol schon mal das Geld. Wir sind grob bei... Ich tippe... 460 Euro. Nimm mal 500 mit. Kriegen wir schon irgendwie hin, okay? Kriegen wir schon hin. Okay. Ich bin gleich wieder da. Okay. Weißt du Bescheid? Ja. Ich bin hier. Ich hab den Tippe erhalten. Was? Ich glaub, da ist grad einer. Der sieht mal ein bisschen verdächtig aus. Ich melde mich gleich wieder. Hey! Hey, du! Komm her! Weißt du, was es ist? Ich mach keinen Spaß. Komm her! Was machst du hier? Ah! Einfach hier so in der Gasse chillen oder was? Weißt du, wer ich bin? Kannst du nicht lesen? Kannst du nicht lesen? Special Agent Kenny vom FBI. Wir sind schon lange. Zwei Brüdern. Wir wissen nicht. Cousins sind wahrscheinlich auch noch mit drinnen. Hinterher. Schon mal was von Ace Mart rum gehört. Irgendwelchen Dealern aus der Stadt hier. Du wirkst mir ein bisschen unruhig. Du wirkst mir ein bisschen unruhig. Ich nehm dich gleich mit. Ich glaube, dich nehm ich mal mit. Und wir unterhalten uns ein bisschen länger. Das kaufe ich dir nämlich nicht ab, dass du einfach hier rumläufst. Auf geht's. Wir gehen aber aufs Revier. Mal schauen, ob dein Handy vielleicht klingelt. Wir werden's sehen. Ab geht's jetzt. So ihr Lieben, das war das große Finale und das letzte Roleplay in diesem Jahr 2019. Wie es denn hier in der ganzen Story weitergeht, kann man sich jetzt grob schon denken. Denn man wird wahrscheinlich jetzt abgeführt auf die, ja, auf die Polizei FBI Station. Und dann werdet ihr auch endlich den Ace Mart Drogendealer und alle seine Kumpanen kennenlernen. Ich will mich einmal bedanken für jeden Support von euch. Ich glaube, das macht jetzt jeder YouTuber. Deswegen will ich kein großes Ding jetzt draußen machen. Das geht ja auch bald weiter. Für jeden Support, jeden Like und für den schönen Monat. Bleib gesund, kommt gesund ins nächste Jahr. Und ich wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht. Und einmal ein Like nach oben. Und eine Herzenswelle in den Stream Shit. So schön wie ich immer sage. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.